...ungefähr, ich hab's fast gesagt, 17 Minuten. Und ich glaube, er hat seine Zeit selber gestoppt. Wer so schnell ist, der läuft öfter. So, jetzt ein bisschen, ich verstehe euch ja noch ein bisschen Platz machen, Leute. Lasst die Läufer an, da kommt jetzt ganz schön viel mit euch. Ja, verständlicherweise sind die Männer hier die schnelleren. Aber die Männer laufen nicht um die Mädels. Also, ganz großen Applaus für die Jungs, die den Lauf anführen. Jawohl. So, jetzt haben wir die erste Suchmeldung. Die Fiene Gressa, die wird gesucht von ihrer Mama. Ah, von ihrer Partin. Und die Partin steht hier am Zielboden. Wenn jemand die Fiene Gressa sieht, die ist vier Jahre alt, mit rosa Luftballon und einem Jeanskleid, sein Jeanskleid, bringen sie bitte hier an den Zielboden. Oder wenn die Fiene uns hört, der rosa Boden am Ziel, da steht eine Partin. Und wir klatschen weiter für den ersten Zünder. Ach so. Ja, die Gressa machen's vor. Ja, die Gressa machen's vor. Ja, die Gressa machen's vor. Und wir klatschen weiter. Und wir begrüßen die auch. Hier mit dem Schild Race for the Cure. Together we can win.